Rechtzeitige Erfüllung ihrer Versprechen, ihren Segen zu erhalten, Gott verlangte von den Israeliten, ihre Versprechen vor ihm zu ehren und einzulösen, Gott verlangte von den Israeliten, ihre Versprechen vor ihm zu ehren und einzulösen. Sie dürfen kein Versprechen übersehen oder als irrelevant betrachten, sondern müssen jedes Versprechen rechtzeitig einlösen. Gott erklärte, dass er das gescheiterte Versprechen eines jeden Israeliten als ein Vergehen betrachten würde, und er würde sie dazu zwingen, es einzulösen. Gott sprach zu seinen Kindern, wenn du ein Gelübde vor dem Herrn, deinem Gott, ablegst, sollst du nicht zögern, es zu bezahlen, denn der Herr, dein Gott, wird es sicherlich von dir verlangen, und es wäre eine Sünde für dich. Wenn du dich aber des Gelübdes enthältst, soll es für dich keine Sünde sein, was von deinen Lippen gekommen ist, das sollst du halten und erfüllen, denn du hast dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt, was du mit deinem Mund versprochen hast, Deuter Unomium 23, 21-23. Lektion Unser himmlischer Vater ist ein Gott der Verheißung, und er versagt nicht bei Versprechen, er wird alles, was er seinen Kindern versprochen hat, bis zum letzten Buchstaben als Beweis seiner Treue erfüllen. Derselbe Gott der Verheißung erwartet auch von seinen Kindern, dass sie dasselbe Prinzip teilen und es praktizieren. Er will, dass seine Kinder ihre Worte ehren und alle Versprechen, die sie in seiner Gegenwart machen, einhalten. Jehova möchte, dass wir es uns zur Gewohnheit machen. Unsere Gelübde vor ihm einzulösen, er wird jeden, der versagt, zur Rechenschaft ziehen. Leider sind viele Gläubige voreilig mit ihren Worten, sie machen schnell Versprechungen, aber nur, um sie bald wieder zu vergessen. Einige werden versprechen, Gott ihre Zeit, ihr Geld oder Material anzubieten, wann immer sie seine Hilfe brauchen, aber nur, um ihre Worte danach zu entehren. Einige werden vielleicht sogar sagen, oh Gott, wenn du mir durch diese schwierige Zeit helfen kannst, werde ich dir den Rest meines Lebens widmen und dir dienen. Doch sie vergessen ihre Worte und gehen mit ihren erhörten Gebeten fort. In der Zwischenzeit wird Gott kein Versprechen vergessen, das ein Mann oder eine Frau vergessen will. Er wird die Einlösung jedes Versprechens verlangen, und er kann den zukünftigen Segen eines jeden als Folge eines gescheiterten Versprechens hinauszögern. Deshalb müssen Gläubige es als eine wichtige Angelegenheit betrachten, in der Gegenwart ihres Gottes sensibel zu sein. Jeder sollte seine Worte ehren und nicht locker sein. Die Gläubigen müssen jedoch verstehen, dass unser Aufruf, das Prinzip der Einlösung von Gelübten gegenüber Gott zu ehren, nicht auf sein Gefühl des Mangels hindeutet. Jehova ist nicht arm und er braucht nicht unsere Gaben, um zu überleben, er braucht nur unseren Treuebeweis, damit er motiviert werden kann, mehr Segen in unser Leben zu bringen. Sobald wir beweisen können, dass wir Personen unserer Worte sind, wird der Schöpfer seine bemerkenswerten Segnungen zu unserem Nutzen und zur Verherrlichung seines Namens freisetzen. Das Gebet, lieber Gott, bitte hilf mir, meine Worte zu ehren und meine Versprechen vor dir einzuhalten. Lass mich nicht leere Versprechungen zu deiner Unzufriedenheit machen. Vergib mir meine vergangenen uneingelösten Versprechen, bitte lass mich die Gelegenheit, die ich aufgrund meiner vergangenen Misserfolge verloren habe, zurückgeben. Geben sie mir eine zweite Chance für einen Neubeginn mit ehrenhaften Versprechen, damit sie mich mit Freude segnen können. Geben sie mir von nun an die Kraft, sie mit angenehmen Gaben zu beglücken, und lassen sie sie ihr Herz erfreuen, um sie zu motivieren, mich noch mehr zu segnen, und damit ich in den Tagen meines Lebens weiterhin in den Genuss ihrer Wohltaten kommen kann. Denn im Namen Jesu Christi stelle ich meine Bitten. Im Namen Jesu Christi erbitte ich.